So, was wär's dumm? Dientik wieder mal, hart in der Kritik vom Hannes. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Wir so gerade am C-Day vorbereiten alles. Hannes, Shania sind ja noch da. Ich melde mich so um, alles. Hier hab den Kille-Pitcher noch gelöscht, weil der hat direkt 0 Uhr gleich Level-Up gemacht oder kurz vor 0 Uhr. Also, es ist C-Day, ich poste noch 14 Uhr, macht doch Level-Ups am C-Day 14 Uhr, dann ist doch alles gut. Mal gucken, was da los war, vielleicht meldet er sich nochmal. Plötzlich sehe ich diese Info hier, wir stellen vor Top-Rates. Das klingt doch auf jeden Fall top, ja, oder auch nicht. Was ist das auf dem Bild überhaupt? Ein Huppa, also Hoppa, das müsstet ihr eigentlich kennen. Und dann konnte er bei der Season des Schabernacks, also in einer Saison, die sich rund um Hoppa und dessen Entfesselung gedreht hat, ein gebanntes Hoppa bekommen. Und dann die Form ändern am Ende durch eine Spezialforschung, sodass man es entfesseln konnte, wodurch es natürlich stärker wurde und größer und besser und hässlicher vor allem, wenn ich's mir auf dem Bild jetzt hier genau nochmal anguck. Ich hab immer gedacht, wenn sie so mysteriöse Pokémon bringen oder irgendwas, vielleicht, weil du das ja nur einmalig hast, ungefähr, vielleicht ist es ja wirklich so, dass du irgendwann auch IV verbessern kannst. Ja, wenn du nur einmal ein Mew kriegst, dann ist das schlecht und ein anderer hat ein richtig gutes. Ist ja unfair. Vielleicht gibt's mal Items, dass du die IV von einem Pokémon verbessern kannst, wenn du mit dem Pokémon trainierst, irgendwelche Aufgaben machst als Buddy. Das wär auf jeden Fall richtig genial. So könntest du auch, wenn du einen 98er hast, durch Fleiß und Mühe das zu einem Hunderter machen und musst nicht 783 Mewtwo-Rates machen, bis du deinen Hunderter Mewtwo hast, während andere im 10. Jahrhunderter haben. Aber, sieht nicht so aus, als würde das jeweils kommen, denn wenn sogar jetzt Hoppa schon in die Rates kommt, dann braucht ihr ja euers nicht verbessern. Ihr könnt ja einfach 500 Hoppa-Rates machen, gefühlt. Vielleicht kriegt ihr ja sogar einen Hunderter. Wir stellen vor, Top-Rates, Top-Nachricht, oder? Trainer, geheimnisvolle Raid-Eier mit einem 24-Stunden-Timer erscheinen plötzlich auf der ganzen Welt. Was könnte das bedeuten? Hannes auch, was? Wann ist das? Sonntag sind die komplett bescheuert. Das sagen die jetzt, ja. Weil es ist ja jetzt schon Samstag und am Sonntag ist es schon soweit. Aber reicht ja ein 24-Stunden-Timer, was wollen sie da sagen? In drei Wochen ist ein Tag Zeit zur Vorbereitung dafür. Ihr habt ja trotzdem den ganzen Tag Vorbereitungszeit wohl dann, um irgendwie euch darauf vorzubereiten. Aber jetzt passt auf, was sind Top-Rates? Entfesseltes Hoppa-Huppa erscheint in einer neuen Art von Raid-Kampf. Top-Rates. Was sind Top-Rates? Top-Rates sind eine neue, schwierigere Variante der regulären Raid-Kämpfe. Sie entstehen aus besonderen Raid-Eiern, die 24 Stunden brauchen, um zu schlüpfen. Sobald das Raid-Ei geschlüpft ist, kann der Top-Rate-Boss für 30 Minuten herausgefordert werden. Allerdings müsst ihr dafür persönlich vor Ort sein. Trommelt eure Freunde zusammen und stellt euch auf einen epischen Kampf ein. Statt also einer Stunde Anlaufzeit 24 Stunden, statt 45 Minuten Raid-Zeit also 30 Minuten Raid-Zeit. Und keine Fernraider. Auch keine Einladungen. Ihr müsst vor Ort sein. Das freut natürlich die Dorfspieler, Jendik und Dorfspieler. Die sind ja auch so wie Tobi und Schilling, ne? Haben wir ja vorhin im Fanschat wieder gelesen. Ihr steht dann da, freut euch. Oh, ich bin ganz alleine, Kurt. Also, wenn ihr einen Fessel des Hoppa besiegt, habt ihr die Chance, es zu fangen. An Top-Rates können keine Trainer per Fan-Rate-Pass teilnehmen. Muss wohl dann wie die Stufe 4 Raid sein, die es bei den C-Days dann als Bonus immer gibt, wo man auch einfach nicht dazu einladen kann. Wo man nicht aus der Ferne drauf geht. Und dann denke ich mir, okay, in Großstädten vielleicht cool Gruppen, die sowieso gemeinsam unterwegs sind und raiden. Sagen sich, jo, da haben wir Bock, wir gehen da hin. Wie ein X-Raid. Wenn für die Arena eingeladen wurde, du wusstest das schon ein paar Tage vorher und dann haben sich an dem Tag alle dort getroffen. Jetzt sehen die Leute vielleicht, morgen geht da um 18 Uhr ein übelster Raid auf. Also versammelt sich die komplette Stadt während des Koronnes dort an diesem Raid und warten darauf, dass das Teil aufgeht. Und du in deinem Dorf sitzt natürlich... Du in deinem Dorf sitzt natürlich zu Hause und denkst dir, heute ist nichts los. In 24 Stunden ist genauso viel los. Ich lösche die App. Richtig genial. Ja, die ersten Top-Rates beginnen je nachdem, wann das Raid-Eye erscheint. Am 16. Oktober 2022 um 11 Uhr, 14 Uhr oder 17 Uhr Ortszeit. Ich glaube, Shenayas Zug am Sonntag fährt um 16 Uhr oder irgendwas. Wenn er jetzt am Sonntag um 11 Uhr oder 14 Uhr was wäre, wäre das natürlich richtig genial. Dann wären wir wenigstens schon mal drei Leute, die sich diesem epischen Best-Biest stellen können. Beziehungsweise der Samyang-Account, da wären wir zu viert. Multi-Accounting ist strafbar, das ist verboten, halt auf damit. Wenn der Besuch nicht da ist, dann stehe ich mit sechs Handys am Raid, was auch verboten ist. Während der Opa mit seinen 84 Handys natürlich kein Problem hat. Also ich bin gespannt. Weitere Top-Rates erwarten euch in der Jahreszeit des Lichts. Erwartet euch ein weiterer Top-Rate. Wie ich es jetzt verstanden habe, ist es also nicht ein einmaliges Ding, sondern es kommen morgen mehrere über den Tag verteilt. Ja. Die ersten Top-Rates beginnen je nachdem, wann das Raid-Eye erscheint. Am 16. um 11 Uhr, 14 Uhr oder dort. Klingt nach mehreren. Also, ich könnte auch sagen, morgen gibt es ein Raid und fertig und da muss man halt Zeit haben. Aber, ja, schaut einfach, was da passiert. Am Sonntag, 16. Oktober am Sonntag, wird um 11 Uhr oder um 14 Uhr oder um 17 Uhr wohl was aufgehen, wo ihr vor Ort zusammen mit euren Freunden raiden müsst. Wie findet ihr das? Habt ihr Bock drauf? Habt ihr schon einen Fessel des Hoppa? Wer aktiv spielt, müsste eins haben. Wer ein Gebanntes hat, müsste es ja eigentlich durch den Formwandel entfesseln können. Man könnte sich so ein Zweites holen und zurück bannen. Das wäre mein Plan. Beziehungsweise das Beste bleibt entfesselt und das Schlechte wird einfach zurück in den Sack gestopft und dann ist es auch wieder gut. Das war's. Von meiner Seite aus, schreibt mal eure Meinung unten rein, wie ihr das findet. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim CD-Morgen. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Euer Hannes. Guten Abend. Und eure Schinaja. Ja. Ja. Jo. Hat's gemacht. Raupi. Ja.